Das war in Hollande, ne? Und vielleicht erkennen Sie dieses nächste Lied. Das war sogar fast unser Nationalhymne. Jetzt kommt die. Jetzt kommt die. Fast unser Nationalhymne. Stimmt, ne? Ein Spanisches Lied. Oder? Und Tannenbaum natürlich. So, meine Damen. Und das ist die Landwahl getrennt. Verschiedene Musik und so ist es auch entwickelt. Jetzt komme ich da, gibt es auch die braune Leute da. Es ist auch nicht nur alles, was dunkel ist, ist schwarz da. Es ist weiß, braun und schwarz. Und jeder hat seine eigene Musik. Aber die echten Afrikaner natürlich da, die waren die richtige Schwarze da. Das sind die Sulus. Nicht Sulut. Sulus, ja. Und die sind das größte Volk in Südafrika. Die hat sehr schöne Musik. Und die zweite Stamm oder Volk da sind die Chosas. Schöne Wort, ne? Kann man prüren, ja? Chosa oder Chok, 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 Chok. Ich spreche das alles. Die Buschmänner da machen Chok, Chok, Chok. Aber die Chosas machen Chok. Unser Präsident, er ist auch sogar eine Chosa. Und aus dieser Zweisprache ein schönes Lied. Aber bevor ich das mache, ich habe eine junge Dame hier kennengelernt. Genau so hübsch wie meine Tochter. Und sie singt fantastisch mit der Band. Und ich habe sie gebeten, bitte, da ich so ein paar von ihrer Lieder gehört. Bitte sing mal die mit. Sie kennen überhaupt diese Lieder nicht. Hat einfach den Text genommen. Und bitte, Jacqueline, wir machen das zusammen. Applaus von Jacqueline Boulanger. Ja. Schau, schau. Ja. Schau, schau. Ja. Ja. Musik 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 Scholes high, trees and valley Winding round the hills from Simba 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020